Servus Leute, was geht? Calvin von Check Notizen am Start. Heute neue Episode Karriere mit dem SSV Ulm. Sorry, dass die letzte Woche ein, zwei Tage später online kam. Da sind wir mit dem Rhythmus ein bisschen durcheinander gekommen. Aber diese Woche wieder Freitag pünktlich mit Mützenfrisur. Ihr wisst Bescheid. Wir sind in der neuen Saison. Wir haben drei Millionen. Und das allererste, was wir natürlich machen wollen, ist die Teamzentrale auschecken. Denn wir haben ja noch geliehene Spieler, wie zum Beispiel Dennis Simon. Und die Laie läuft noch null Monate. Ich bin gespannt, ob ich jetzt die Kaufoption ziehen darf. 760.000. Ja, die möchte ich bezahlen. Okay, verhandeln. Könnte es nun doch dazu kommen, dass wir die Männer, reicht ihm wichtig? Das passt. Super. Fünf Jahre. Passt auch. Freigabe-Summe braucht man nicht, richtig? Gehalt. Machen wir mal, okay, 20.000 vielleicht nicht. Wie sieht es aus mit 2.200? Faires Angebot. Nice. Oh, das ist so wichtig, dass wir unsere Laie rauskaufen können. So, dass wir nur schauen, ob es auch noch nochmal reicht mit den restlichen 2,2 Millionen, die wir haben. Dennis Simon, Neuzugang vom VfB nach Ulm. So, 760.000 haben wir bekommen. Marktwert 1,4 Millionen. Das ist natürlich super. Gehen wir mal weiter. Jetzt können wir auf jeden Fall, ja, sind jetzt beides nicht die Übertorhüter. Wir können Lorenz Otto auf jeden Fall mal auf die Transferliste setzen. Parfundi, 1,8 Millionen. Wir können ihn ziehen. Wir können ihn, wenn es jetzt vom Gehalt her an alles reicht, können wir ihn ziehen. Wenn er zu uns will. Er will Schlüsselspieler werden. Das ist okay. Fünf Jahre, Parfundi. Wie sieht es aus? Zwei Jahre. Wie sieht es aus mit vier Jahren? Zwei Jahre, okay. Dann die klassischen drei Jahre. Okay. Freigabesumme brauchen wir nicht. Boah, Gehalt. Müssen wir eigentlich schon 6.000 geben, oder? Faires Angebot. Oh, das beruhigt mich so ungemein. Udinese, Calcio nach Ulm. 1,8 Millionen. Der hat jetzt schon einen Marktwert von 6,5 Millionen. Schmiegt. So, Milosevic hatten wir ja schon gezogen. Gomez, ihr größter Macher. So, jetzt müssen wir nochmal kurz unser Team anschauen. Was wir denn davon jetzt wirklich brauchen. Und die drei stehen ja auf jeden Fall. Simon steht. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein ZM. Das wäre echt nicht verkehrt. Hobe, die alle hier können eigentlich weg. Haben wir was in der Jugend Academy. Das ist ja bodenlustiger. Den können wir gleich hochholen. Da wird eh nichts draus. Hugo Tran. Top-Name auf jeden Fall. Das wird auch nichts. Aber wir verkaufen die Männer dann einfach. Hier, Jean mit 52. Weiß nicht. Okay. Das heißt, vorragende Jugendarbeit. Super, Ziel erfüllt. Wir gucken mal, wen wir verkaufen können. Aber wir haben schon viele gesellt. Wie, keine Verlängerung. Ein Jahr verlängern ist okay. Freigabesumme braucht er nicht. Gehalt 900. Ist fair. Super. Können die ganzen Spiele hier auf jeden Fall. So, das passt. Das passt. Das passt auch. Okay. Das heißt, wir brauchen Geld, um uns bessere Scouts kaufen. Ich möchte also nicht Scouts, sondern Jugendakademie-Scouts kaufen zu können. Wir gehen erstmal weiter. Verein anpassen brauchen wir nicht. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie ein nice Angebot oder so. Oder das ist auch Vorbereitung. Erhöhung des Transferbudgets. Das haben wir ja schon bekommen. Lennart Stoll. Da verhandeln wir doch mal. Wie sieht es aus mit 490.000? 370.000? 430.000? Maybe? 380.000 nehmen wir an. So, 380.000. Zack, zack, zack. Den Verein verlassen. Simon. Ich habe alles unter Kontrolle. Vidal. Super Typ. Gehen wir mal aufs Büro. Okay, wir haben wieder 3 Millionen Transferbudget. Mal gucken, was unsere Scouts da so. Sag mal, alles, was hier vereinslos ist, können wir mal auf jeden Fall. An ansprechen. Okay, die sind alle vereinslos. Kann man nicht vorstellen, dass die alle der Renner sind. Das ist jetzt echt die Frage hier. Wir können auf jeden Fall mal den Auftrag löschen. Den auch. Den auch. Und dann klatschen wir hier mal gescheite Aufträge rein. So, bis maximal 22. ZM. Weltklasse Talent. Dann machen wir doch einfach mal alles. Weltklasse Talent möchten wir ja immer haben. Dann machen wir hier wieder bis 22. Und Perspektivspieler. Machen wir wieder bis 22. Stammspieler Qualität. Und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt finden. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal in die Transferzentrale. Und schauen uns doch mal die beiden an, ob die mit uns sprechen wollen. Dann gucken wir mal, was sie können. Rotation. Reicht es dem Schlüsselspieler? Oh Gott. Fünf Jahre. Zwei. Dann machen wir drei. Das nimmt er an. Keine Freigabesumme. Boah, Gehalt ist jetzt halt immer so eine Sache. Wir müssen die direkt kontaktieren, weil die sonst weg sind. Das ist jetzt echt schwierig. Ich kann es halt übelst dann Nulpe auf 5K geben. Faires Angebot. Okay, ich bin mal gespannt, was wir jetzt kriegen. Also ich sage mal, alles über 60 wäre für uns schon stabil in der IV. Wenn er von sich aus schon Schlüsselspieler sein will. Okay. Okay, Aratz Prieto. Boah. Oh mein Gott. Neuer Starspieler. Mein Controller ist gerade ausgeflippt. Sorry, dafür mag wer 10 Millionen. Ich liebe doch meine Scouts. Ich liebe sie doch. Oh. Okay, reicht ihm wichtig? Ihm reicht wichtig. Okay, dann ist er auf jeden Fall schon mal nicht so gut. Fünf Jahre ist auch okay. Keine Freigabesumme nehmen wir an. Gehalt. Ja, nimm mal einfach mal an. Die paar Bonis. So. Zeig her, was kannst du, Daniel. Daniel Gore. Ein halber Goretzka. Ah. 66. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Okay, 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 okay. Dann gehen wir direkt mal in unser Teammanagement. So, Garl kommt raus. Für Prieto und Goretzka kommt auch mit rein. Wir brauchen keine zwei linker Flügel. Gore kommt dann auch direkt rein. Und Prieto auch. Und Prieto auch. Sehr nice. Es ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Wir haben eine offene Position für einen Coach. Okay. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch einen Stürmer. Er hier sieht doch nice aus. Vier Sterne Offensivfähigkeit. Nice. Haben wir jetzt acht. Dürfen wir noch einen verpflichten? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir haben keinen Offen. Aber wir haben einen Coach dazu bekommen. Das ist schon mal stramm. Dann schauen wir jetzt nach unserem Jugendstab. Also, ihn können wir auf jeden Fall feuern. Das kostet uns 10.000. Aber er kann halt gar nichts. 2,2 Millionen 50.000. Er wäre echt nice. Hier bauen wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Scouting-Netzwerk auf. Neun Monate. Kostet uns 270K. Die beiden will ich nämlich behalten. Und dann gehen wir noch nach Frankreich. 288K. Das ist schon viel Geld für uns am Anfang. Also, das darf man nicht auch so sehen. So, Lennart Stoll geht zu Soulfort City. Denk mal, es müsste ein B oder so werden. Ist sogar ein A. 20K mehr. Ist okay. Okay. Ich nehme tatsächlich. A mal Genua. Das hier sieht schon noch am machbarsten aus. Auch wenn wir da am wenigsten bekommen. Aber wenn wir da weiterkommen. So. Transfer ein Geburt für Leon. Wer war Leon? Okay. Der darf auf jeden Fall gehen. Dafür handeln wir. Vielleicht kriegen wir noch 100K mehr. So. 400K. 300. Ich brauche keine Weiterverkaufsgebühr. Aber dann gib uns 50K mehr. Ist okay. 350K. Super. Okay. 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 Kommt wieder rein. Tom Gahl. Sag ich so, wie es ist. Den verkaufen wir nur, wenn wir auch wirklich viel Geld dafür kriegen. Weil Innenverteidiger sind rar für uns. Hugo Tran. Ja. 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 Okay. 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 Er ist, glaube ich, unser bester Backup-10er. Aber wenn wir natürlich zwei Mio kriegen würden. Boah. Er will nur 1-3 zahlen. 1-8, Kollege. Okay. 1-8 ist okay. Ist okay. Weil die Backups spielen jetzt eh nicht so oft. Schätin können wir auch verhandeln. Um dass es sich lohnt, da einen Spieler für über eine Million zu behalten. Machen wir 480.000. Boah. 350. Kommt schon, Kollege. Guck mal. 400. 350. 380. Ist okay. Ja. Zumindest nochmal auf 380 hoch. Nehmen wir auch mit. Stillstand war mir klar. Und dafür lässt er uns auch schon. A verlieren. 350K. Ja. Und Lorenz Otto geht auch. Sehr schön. Dadurch müssen wir auch wieder Geld bekommen haben. So. Wir haben wieder Scouting-Bericht. Wir haben wieder einen Torhüter. Was ist jetzt überall? Okay. Perspektivspieler. Okay. Die sind jetzt alle vereinslos. Was natürlich nice ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Breaker sind. Wir können es ja mal mit dem IV probieren. Weil IV brauchen wir ja sowieso. Oder ZM. Aber ich glaube nicht, dass das die Banger sein werden. Baustabspieler-Qualität. Auch alles Vereinslose. Ist auch bodenlos. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht ist ja jemand dabei. Frage ist halt, können wir einen Laurin-Ulrich leihen? Leihe zum Kauf. Ob das möglich ist. Okay. Ein Jahr. Ulrich wäre schon nice. 50-50. 60-40 ist auch okay. Jetzt halt die Frage. Sie möchten nur 1,25 Millionen? Boah, ich sage es so, wie es ist. Das müssen wir annehmen. Das müssen wir annehmen. 1% Weiterverkaufsgebühr ist ja gar nichts. Jetzt noch die Frage, ob Laurin-Ulrich zu uns möchte. Dann kontaktieren wir so lange mal den IV. Er ist mit Rotation schon zufrieden. Ich glaube, die Männer werden es nicht sein. Freigabe so mit 780.000. Boah, er wird es nicht sein, Jungs. Er wird es nicht sein. Dem geben wir auch mal stabile 800 Euro Gehalt. Er will 850. Jetzt chillt schon mal ein bisschen. Bonus entfernen. Geben wir mal 1150. Ist okay. Ich bin gespannt. Also, ich sage mal so, alles über 60 wäre schon Schramm für uns. Aber ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen mit 780.000 Ausstiegsklausel. Ja, 60. Ja. Ich glaube dann, boah. Die haben halt Spielstile. Aber ich weiß nicht. Der sieht jetzt halt auch nicht so fresh aus. Kommen, wir probieren noch einen. Der war von dem ganz rechts. Rolle im Kader wichtig. Okay, das ist doch schon mal was anderes. Begabe, sollen wir übergehen? Boah, er möchte auch nichts haben. Erstmal einen Bonus entfernen. Das machen wir auch auf 0. Geben ihm 1100 Gehalt. Ist in Ordnung. Okay. Richtige Transfer-Episode hier. Adrian Bailey. 66. Okay, es sitzt doch besser, als ich gedacht hätte. 1,8 Millionen. Die scouten wir einfach mal. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Teamzentrale. Geier können wir verkaufen. Maxim Vidal auch. Arendt auch. Ludwig. Dran ist ja schon kontaktiert. Okay. So, mit der Mannschaft gehen wir rein. Das wird eine ganz klassische, schnelle Simulation. Und wir gewinnen 2-1. Brandt der Eingewechselte und Parfundi. Okay. Erste Spiel, erster Sieg gegen Port Vale. Ist in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier? Spielerchat. Transferangebot für Leo Sienza. Der will ja eh gehen. KSC will den haben. Okay. Macht mal 920.000. 740. Das ist mir zu wenig. 800 wäre doch nice. 750. Okay, der will eh gehen. Der ist sonst eh immer so ein Stressfaktor. Wir haben da noch ein paar Spieler, die gerne wechseln würden. Da gucken wir jetzt mal, ob davon noch einer geht. Wer ist er? Chanchetin. 380K. Hätten wir sogar mehr kriegen können. Ist in Ordnung. Dran geht's. Sehr nice. Da müssten wir auf jeden Fall dickes Geld für bekommen. 1,8 Mio. 1,9 hätten wir kriegen können. Ist okay. Und Laurin Ulrich kommt zu uns. Auch fresh. Wird 67. Wir haben 4 Millionen aktuell. Das heißt, wenn wir arend, haben wir schon weg. Dann haben wir jetzt die drei. Ich habe halt echt sehr viel Bock auf Ulrich. Wir ziehen auch direkt die Kaufoption. Dann haben wir drei starke ZMs, die jung sind. Die wir rotieren lassen können. Finde ich nice. Komm, wir geben dir 4000 Euro, Laurin. Oh nein, nicht 400. Boah, er wäre direkt aufgestanden. Das wäre wohnlos geworden. 4000. Ist in Ordnung. Jawohl. 1,25 Mio für Laurin. Mega. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einmal ganz kurz noch. So, damit haben wir das auch. Wir haben noch ein Transferangebot für Tom Gahl. Der ist nur sub bei uns. Wenn die uns jetzt viel zahlen für den, könnten wir den 590, nochmal 690. 600. Also für unter 650 gebe ich ihn nicht ab. Dann halt nicht. So. Transferangebot für Maxim Vidal. Da müssen wir jetzt nicht groß sprechen. Gommes möchte mehr verdienen. So. Das wird die letzte Amtshandlung werden. Diesmal wirklich. Vertragsverhandlung. Schlüsselspieler. Ja gut, du verdienst noch 500. Das ist natürlich. Verlängerung um drei Jahre. Wir machen mal vier Jahre draus. Super. Den Bonus da weg mit den 28.000. Dafür kriegst du 2700 Gehalt. So. Ist wieder glücklich. Sehr schön. Und so sieht unsere Mannschaft jetzt erstmal aus. Wir haben eine ultra starke Zentrale mit Prieto. Geisteskrankheit-Transfer. Simon. Gore. Neuer Transfer. Ulrich. Parfundi konnten wir ziehen. Gommes. Unser Talent. Milosevic. Was noch ein bisschen. Ja. Links, rechts. Und die äußeren IVs. Die sind jetzt auf jeden Fall als nächstes dran. Aber vielleicht kriegen wir auch endlich mal Jugendtalente. Deshalb. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.